Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 20.12.2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1137. Heute mit den folgenden Themen Spotify, Pixelmator, DJI, 3 Haselnüsse, P50 Pocket, Storys, Wuschka, Ikea und James Bond. Ich starte gleich mit Spotify, dem heute mal Bereich des Podcastings in Spotify, denn darin kann man ja auch Podcasts hören. Und die liebe Hörerin, die hier den Podcast schon länger verfolgt, weiss, dass ich kein grosser Fan davon bin. Aber in Zukunft könnte es sein, dass ich euch das ein oder andere Mal nötige, in Anführungsschlusszeichen, oder darauf hinweise, dass ihr doch mal auf solche Sternchen drücken könnt. Der ein oder andere Hörer hat das schon getan, hat uns auch mitgeteilt, ja, jetzt ist es soweit. Man kann einzelne Podcast-Formate, aber auch einzelne Episoden mit Sternchen bewerten. Eins bis fünf Sterne gehen und umso mehr Sternchen, das man bekommt, umso mehr wird man dann auch als relevant betrachtet, was Spotify anbelangt. Und bald wird man auch schon diese Sternchen kaufen können. Ich glaube da fest dran. Und ja, die lieben Influencer und Möchtegern-Podcaster werden dann die Charts überschwemmen, neben dem, dass dann auch die Öffentlichen es ja sowieso schon tun. Aber lassen wir den Punkt mal so. Podcast-Charts von Spotify sollte man mal ein bisschen genauer anschauen. Kann man auch ergoogeln, da gibt es einige Artikel dazu. Gehen wir weiter mit Pixelmator. Die App, die ein jeder MacOS-Nutzer kennt. Auf dem Computer, auf dem Apple-Computer, hat man, wenn man Bilder bearbeitet und sich nicht unbedingt das in Anführungs-Schlusszeichen teure Photoshop leisten mag und oder will, weil es einfach zu mächtig ist, zwei grosse Alternativen. Sofern man nicht nach Gimp gehen möchte im Open-Source-Bereich. Affinity Photo ist eine der Lösungen und Pixelmator. Pixelmator gibt es schon länger auch fürs iPad und wird da auch gross gefeiert. Nun kommt die App auch fürs iPhone. Wer möchte, drei Ungrad-Währungseinheiten werden fällig zum Start. Sieben Ungrad werden es dann sein, wenn es final in den Store kommt oder eben nach einer Einführungszeit. Somit, ich glaube, wer viel mit Fotos etwas tut und so weiter, für den ist es ein sogenannter No-Brainer. Wie würde ich immer so schön sagen. Neuigkeiten gibt es auch zu DJI. Bei dem Drohnenhersteller und zwar eher unschöne. Im letzten Jahr war temporär Xiaomi auf der Todesliste, den ich jetzt mal der US-Sperrliste. Das ist ja da, wo auch Huawei drauf ist, wo man nicht drauf möchte, weil man dann gewisse Einschränkungen hat. Wie zum Beispiel eben nicht mehr auf, also bei Huawei ganz extrem nicht mehr, ihr wisst, was da los ist. Bei DJI ist es so, dass man zukünftig nicht mehr in DJI investieren darf, wenn man aus amerikanischen Landen kommt, weil eben die Firma auf der Sperrliste ist. Der Grund ist, laut Biden und seiner Regierung, dass DJI sich beteiligt hat an den Geschichten rund um die Uiguren, die muslimische Minderheit in China. Ist zu hoffen, dass dem nicht so ist. Und ja, Sperrlisten, nee, bitte hört damit auf. Er macht mehr kaputt als ganz, glaube ich, auf lange Sicht, weil vor allem der Kunde profitiert nicht davon. Und das sind ja wir alle. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und vielleicht nochmals ganz kurz zurück, nee, ich unterstütze natürlich sowas gegen die Uiguren etc. auch nicht, aber ja, werdet euch anders einig. Seid lieb miteinander. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich beginne gleich nochmals. Ja, das ist ein Film, der mir jedes Mal das kalte Schaudern auf den Rücken zaubert. Und es wird auch nächstes passieren, denn um Weihnachten kommt der Film in gefühlt Dauerschlaufe auf all den Sendern, die es so gibt. Und ja, dann ist auch die Zeit, wo meine Mädels mal wieder original richtiges lineares Fernsehen gucken, denn meine Frau zwingt sie und hat sie überredet über, keine Ahnung, wie man dem sagt. Meine Mädels mögen halt diesen Film. Das könnte sich bald ändern, denn es kommt eine Neuverfilmung. Amazon Prime, also Amazon, der Videostreaming-Dienst, hat eine, ist das jetzt eine finnische, eine norwegische, einfach auf jeden Fall eine nordländische Neuverfilmung in Auftrag gegeben. Das Original kommt ja aus Tschechien. Und ich bin da mal sehr gespannt, ob die neue Version bei Ihnen auch so gut ankommen wird und oder vor allem bei meiner Frau, wahrscheinlich sentimental und rückblickend auf die Gefühle von früher und so weiter Kindheit. Ihr wisst ja schon, wird das wahrscheinlich das Original bleiben. Wir dürfen gespannt sein. Huawei hat ja das P50 nicht nach uns, oder nach uns gebracht, genau, zu uns gebracht, in Deutschland, Österreich, Schweiz etc. Das Gerät hat es nicht zu uns geschafft. Was man jetzt aber bei Weibo, dem Messaging-Dienst aus China, gesehen hat, sind erste Bilder eines Huawei P50 Pocket. Das klingt interessant und oder auch nicht, wie man es auch mag, ein Klapsmartphone in Kompaktgrösse. Ich bin ja grosser Fan von der Technik dahinter und würde mir das auf jeden Fall schon allein deswegen anschauen, Was auch witzig ist, es gibt ein kleines Display, wie man es von Samsung her kennt, für die Selfies, wenn es zugeklappt ist. Und das kleine Display ist nicht quadratisch, nicht rechteckig, nicht irgendwas. Ne, es ist rund, passend zu der Kamera-Bump, die es oben dran hat. Finde ich ein witziges Detail. Und natürlich auch die güldene Farbe ist sehr, sehr speziell. Instagram ist wie immer ein bisschen am Rumexperimentieren. Rumexperimentieren. Aktuell experimentieren sie in den Instagram-Stories rum. Da hat es schon länger keine signifikanten, grösseren Änderungen mehr gegeben. Aktuell soll Instagram an 60-Sekunden-Sekunden, genau, es wurde in der Türkei gefunden, deshalb wahrscheinlich das Ü, an 60-Sekunden-Videos rum experimentieren. Das heisst also, ihr kriegt nicht mehr diese kleinen, keine Ahnung, 15-Sekunden-Einheiten geboten, sondern teilweise bis zu 60 Sekunden. Ich kann mir da jetzt vorstellen, dass das eher weniger passend ist. Habe mich zwar auch schon das eine oder andere Mal geärgert, dass da immer wieder geschnitten wird etc. Aber ja, wir werden es sehen. Der Markt entscheidet auf jeden Fall, ob das kommt und oder auch bleiben darf. Auch, und dann bin ich nochmals bei Spotify, gibt es Neuigkeiten, denn die haben den Dienst Wooshka, wenn ich ihn dann richtig ausspreche, aus Australien gekauft. Wooshka, der Dienst, hilft Radiosendern, Verlagen und auch Autoren, einfach bestehende Audioangebote in Podcasts umzuwandeln. Und natürlich das Ganze auch zu monetarisieren. Da klingelt es dann bei Spotify, denn ja, denen geht es ja nur ums Monetarisieren. Und deshalb bindet man das selber in ihre eigene Monetarisierungstool, Plattform, Megafon und was das noch alles da ist, mit ein. Ja, kann man machen. Schöner Zukauf. Jetzt mal schauen, ob noch mehr Radios eben in die, in das grosse Sortiment der Spotify-Shows reinkommen und das Ganze dann noch unübersichtlicher wird und dann die richtigen Podcaster noch weniger gehört werden. Ich glaube leider fest dran. Übrigens, neben dem Bewerten, was bei Spotify geht, geht neu oder seit einem circa Monat auch die Möglichkeit der Glocke. Ihr könnt da die Glocke aktivieren. Spotify hat versprochen, da gibt es eine Weihnachtsüberraschung. Versucht es mal beim Geek Talk und beim Geek Talk Daily da die Glocke zu drücken, dann gibt es eine kleine Überraschung für euch an Weihnachten. Ikea Home Smart hat ein kleines Update gemacht, was grösser ist und zwar toll ist. Bis dahin musste man, wenn man Birnen ins Ikea Smart Home System integrieren wollte, die kleine Fernbedienung dazu haben und dann ganz nah rangehen, drücken und hin und her und würgen und so weiter. Das muss man in Zukunft nicht mehr. Dankeschön, Ikea. Ja, so hätte das von Anfang an sein dürfen oder können. Wie auch immer. Apple hat eine James-Bond-Doku vorgestellt, die heisst The Sound of 007 und kommt im Oktober 2022. Noch lange warten ist dann gesagt, aber dafür einiges an Vorfreude. Weiss man eigentlich schon, wer das neue James-Bond-Männchen und oder vielleicht auch bald mal Weibchen sein wird. Weibchen war nicht respektierlich gemeint, liebe Damen und HörerInnen da draussen. Ne, ich glaube nicht. Das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Und für alle, die das Ironische nicht verstanden haben, wenn ihr natürlich auf Spotify drüben beim Hören dieses Podcasts auf die Glocke drückt, bekommt ihr keine Weihnachtsüberraschung von Spotify, sondern täglich bei der Daily eine Push-Notification, das jetzt da eine Daily da ist. Beim Geek-Talk kommt das dann wöchentlich plus die ganzen Sonderfolgen etc. Aber ich würde mich dennoch freuen, weil dann denkt Spotify, dass dieser Podcast relevant ist. Zum einen, wenn ihr bewertet, aber auch die Glocke drückt und für alle anderen die geschickte, bessere Podcatcher nutzen wie Apple Podcasts und all die zu vielen zusätzlichen anderen. Auch da gibt es Möglichkeiten zum Bewerten, zum Dingsen etc. aber jetzt genügend der Selbstbeweihräucherung und Werbung für das eigene Format. Aber ihr würdet dem Geek-Talk und dem Geek-Talk Daily einen grossen Gefallen tun, wenn ihr jetzt alle fleissig da drauf drücken würdet. Jetzt bin ich ruhig. Euer Pukipsi wünscht euch einen schönen Wochenstart. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek-Talk.